Der Markenkonstrukt-Podcast. Wir machen Marken. Digital. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Zum Thema digitale Transformation. Im Gespräch über digitale Markenführung. Von und mit Norman Glaser. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Norman von Markenkonstrukt.fm. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier bei einer weiteren Episode, einer weiteren Folge meiner Soloshow. Und diese Soloshow hat diesmal das Thema Das Experiment. The Code Black Challenge. Und ich habe mir heute was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Denn ich schreibe ja schon, wie ihr vielleicht lest, verschiedene Fachartikel oder auch das Buch, was nächstes Jahr veröffentlicht werden soll, zum Thema Markenführung, zum Thema digitale Markenführung. Und da geht es immer um die Marke des Unternehmens oder über die Unternehmensmarke oder Produktmarken. Aber was ist eigentlich mit einem selber, mit deiner Persönlichkeit? Bist du nicht auch Marke? Bist du dir eigentlich bewusst, dass du selbst eine Marke bist? Ist dir bewusst, dass alle Mechanismen rund um die Unternehmensmarke auch auf dich projizierbar sind, abbildbar sind? Das ist ein ganz spannendes Thema. Denn wenn du verstanden hast, dass du selbst eine Marke bist und du in der Lage bist, dich selbst als Marke zu führen in deinem Business, dann bist du auch in der Lage, ein Unternehmen zu führen hinsichtlich der Marke oder eine Produktmarke zu führen. Und mein Job ist es, in Unternehmen zu gehen und Unternehmern regelmäßig auf die Nerven zu gehen, wenn irgendetwas nicht stimmt mit der Marke, wenn die Marke zum Beispiel nicht konsequent genug geführt ist in allen Maßnahmen, in allen Kanälen. Und dann springe ich dort regelmäßig aufs Tablett und sage, hey, hier stimmt was nicht. Und das mache ich in einer sehr konsequenten und teilweise wahrscheinlich auch in sehr penetranten Art und Weise. Aber es ist wichtig. Denn ich persönlich habe für mich die Marke als wichtigsten Erfolgsfaktor in einem Unternehmen identifiziert. Wenn das Thema Marke nicht funktioniert, dann funktioniert das in der Regel auch im Markt nicht. Das heißt, es ist ein unglaubliches Potenzial, an dem Thema Marke zu arbeiten. Und wenn so jemand wie ich anderen Menschen auf die Nerven geht und dafür auch noch bezahlt wird, dann muss er natürlich vorher verstanden haben, was die auf der anderen Seite wahrnehmen oder was denen vielleicht in ihrer Wahrnehmung fehlt. Das heißt, ich habe mir selbst vor 15 Jahren, ist es jetzt schon her, ein Experiment auferlegt. Damals sollte das eine Drei-Monats-Challenge werden. Daraus sind jetzt 15 Jahre geworden. Und wie der Name schon sagt, ging es um die Farbe Schwarz. Das heißt, ich habe vor 15 Jahren, habe ich mich entschieden, ausschließlich schwarze Klamotten in meinem Business zu tragen. Das heißt, wer mit mir in den letzten 15 Jahren Geschäfte gemacht hat, hat mich in schwarzen Klamotten kennengelernt. Also schwarzes Sakko, Anzughose oder schwarze Jeans, schwarzes Hemd, immer schwarzes Hemd, keine Kawatte, um Gottes Willen, keine Kawatte. Schwarze Schuhe, schwarze Socken und so weiter. Und das heißt, ich wollte mit dieser Challenge damals sehen, inwieweit in der Außenwirkung, das ist ja nur die Hülle, das ist ja nur das, was man als erstes wahrnimmt, inwieweit das einen Einfluss hat auf die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und in den ersten Tagen oder in den ersten Wochen gab es da jetzt noch keine große Anmerkung meiner Mitmenschen oder meiner Businesspartner. Aber mit den Wochen und Monaten, die vergingen, wurde das immer mehr wahrgenommen, dass wer sich auch immer mit mir öfters getroffen hat, der mich in schwarzen Klamotten vorgefunden hat. Und das war im Grunde so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss dieses Experiment ausweiten, ich muss es noch konsequenter und noch extremer führen und habe auch so Business-Utensilien, die ich so verwende, bis hin auch teilweise in meinem Privatleben Dinge geschwärzt. Das heißt, klar, mein Smartphone-Case, schwarz, mein Notizbuch, schwarz, meine Tasche, die ich zu meinen Terminen mitgenommen habe, schwarz. Ich wollte damals einen Hund haben, es war ein schwarzer Labrador. Die Leine des Hundes, schwarz. Man hat gar nicht gesehen, dass der irgendwie angeleint war, weil alles schwarz war. Meine Brieftasche, schwarz, klar. Meine Visitenkarten, schwarz, klar. Mein Schreibtisch, auf den ich heute jetzt hier schaue, schwarz, mein Mikrofon, Ständer schwarz, Mikrofon schwarz. Ich habe hier noch so einen Scanner auf dem Schreibtisch stehen, schwarz, so eine kleine Soundanlage, auch schwarz. Kopfhörer nehme ich nicht die von Apple, weil die sind weiß, also habe ich mir schwarz organisiert. Und das Krasse, das, was ich euch erzählen möchte damit, das sind nur Äußerlichkeiten, von denen ich gerade gesprochen habe. Das Krasse war, das Umfeld, die Leute, die mir begegnet sind und die mich wahrgenommen haben, haben das so intensiv erlebt und mich immer wieder darauf angesprochen haben. Und haben gesagt, hey, jetzt machst du keine Klamotten und trägst jedes Mal das gleiche Hemd, die gleiche Hose, das gleiche Sack oder die gleichen Schuhe. Was ist denn da los? Und ich habe denen erklärt, hey, ich ziehe jeden Tag ein frisches Hemd an. Ich habe halt 20 davon im Kleiderschrank. Oder ich habe 20 von diesen Schuhen. Also es hat für mich persönlich, und das muss jeder für sich selber auch entscheiden natürlich, aber für mich persönlich hatten das unglaublich viele Vorteile, weil ich kann morgens mit geschlossenen Augen kann ich mich anziehen. Ich brauche mir überhaupt keine Gedanken machen, was ich mit irgendwelchen Farben kombiniere oder ob das miteinander passt, sondern ich greife rein und habe das. Wenn ich Hemden kaufe, brauche ich keine Varianten, sondern da habe ich meine Größe, da habe ich meine Farbe und dann kaufe ich das zehnmal. Genauso mit Schuhen, Hosen, Sackos. Also es hat seine Vorteile. Und was ich so spannend an dieser Geschichte fand, weil ich suche immer auch so nach Leitideen. Für mich muss das irgendwie noch einen intelligenten, tieferen Sinn ergeben. Also jetzt nur schwarz zu tragen, weil das irgendwie ein Experiment darstellt, ist eine Geschichte. Aber ich brauchte schon noch irgendwie so einen tiefer gehenden Beweggrund und so einen roten Faden, hätte ich fast gesagt, schwarzen Faden. Das heißt, was mich so begeistert hat daran ist, dass alles das, was ich getan habe, wenn ich für ein Unternehmen gearbeitet habe wie TUI, dann haben die ein rotes Markenzeichen und ein rotes Markenzeichen auf schwarz leuchtet natürlich. Das heißt, was ich so toll fand, waren einfach Lösungen, die ich entwickelt habe, die durch das Schwarz an mir oder an meinen Arbeitsutensien geleuchtet haben. Also es war keine Konkurrenz da. Wer als Kommunikations- oder Grafikdesigner das noch von früher kennt, wir haben Layouts auf schwarze Pappen mit Sprühkleber aufgeklebt, damit das Layout wirken konnte. Das Schwarz reduzierte also den Hintergrund und fokussierte ganz klar auf das Layout, was man dort anschauen konnte. Und genau so habe ich das wahrgenommen. Das heißt, alles das, was ich tat an Lösungen, an Ideen, an Konzepten, an bunten Konzepten, also alles das, was ich tat, war bunt, aber alles, was mich persönlich betraf, war schwarz, also reduzierte ich das. Und somit wirkte ich als Person, wenn ich jetzt kein Layout oder irgendwas für einen Kunden in der Hand habe, wirkte ich natürlich auch als Person ganz anders, weil ich ja meine Persönlichkeit zeigen konnte, ohne dass irgendwie ein Hawaii-Hemd abgelenkt hat. Also das war auch nochmal ein ganz interessanter Moment, der mich dazu gebracht hat, letztendlich bis heute diese Code Black Challenge weiterzuführen. Und ich empfehle euch, einfach mal Spaß zu haben und das vielleicht mal 30 Tage zu testen. Ich würde es nicht weniger machen, weil dann spürt ihr die Wirkung nicht. Und das ist ein ganz interessantes Experiment, das ist eine ganz interessante Erfahrung, wenn ihr das einen längeren Zeitraum macht. Und muss nicht schwarz sein, ihr könnt auf rot gehen, blau, grün, gelb, keine Ahnung, aber so, dass ihr einfach Spaß habt. Ihr könnt auch voll der Papagei sein und nur noch mit Hawaii-Hemden rumrennen und beobachtet mal die Leute, wie die euch wahrnehmen. Das ist wirklich eine ganz interessante Erkenntnis. Und das ist ein Teil, mal so runtergebrochen auf eine Persönlichkeit, wie du eine bist, wie ich eine bin, ein Teil der Marke. Denn ich verbinde Marke mit zwei Begriffen, nämlich Inhalt und Ausdruck. Das, was ich gerade erzählt habe, habe ich ja gesagt, das ist Form, das ist Hülle, das ist das, was man als erstes wahrnimmt. Und dazu gehört natürlich auch der Inhalt. Wir alle wissen, Dinge, die sich entwickeln, entwickeln sich immer von innen nach außen, immer von innen heraus. Das heißt, Marke bedeutet eben nicht nur schwarze Klamotten zu tragen und damit eine Wahrnehmung zu schaffen, sondern Marke bedeutet auch im Inneren, und dann sind wir beim Inhalt, im Inneren, sich Werte zu definieren, Werte festzulegen, für die man steht. Also wenn ich besonders verlässlich, präzise und kreativ bin und das in meiner Business Community besonders hervorsticht, also ich besonders kreativ bin, eine hundertprozentige Zuverlässigkeit aufweisen kann und super präzise bin in meinem Tun und hebe mich damit in meiner Business Community ab, trage dann noch schwarz, dann sind die Leute sofort bei dir und wissen, wann sie dich anrufen müssen. Also auch mal ganz vereinfacht, ich werde wie gesagt noch ein paar Solo-Folgen dazu starten, wo ich das Thema Marke im Grunde projiziere auf uns als Persönlichkeiten. Und wenn ihr diese Werte habt und die für euch definiert habt, die euch auch gegenüber anderen differenzieren, dann nehmt diese Werte, schreibt euch die irgendwie ganz groß an die Wand und überprüft alles, was ihr tut anhand dieser Werte. Ist die Arbeit, die ich gerade meinem Kunden abliefere, ist sie verlässlich, bin ich im Termin oder bin ich sogar früher, noch besser, kleiner Tipp. Ist diese Arbeit präzise, habe ich die Erwartung des Kunden getroffen, habe ich sie vielleicht sogar übererfüllt oder will ich dem Kunden was ganz Neues an die Hand geben, nehme ich ihm ab, aber bin ich präzise am Bedarf meines Klientels, meiner Zielgruppe? Ist meine Arbeit kreativ, liefere ich irgendwas ab, was irgendeiner bestellt hat oder liefere ich etwas ab, um dem auf der anderen Seite mehr zu geben, weil er mich ja als Experten engagiert hat. Vielleicht so ein kleiner Exkurs auf dem Thema. Ihr bekommt ein Briefing, arbeitet das Briefing ab, liefert, das ist halt dann Fließband. Also das ist zum Beispiel überhaupt nicht die Art und Weise oder so arbeiten wir beim Markenkonstrukt zum Beispiel überhaupt nicht. Sondern ein Briefing ist erstmal so eine Momentaufnahme des Kunden, was unbedingt natürlich hinterfragt gehört und in einem Kreationsprozess kann sich das auch verändern. Also auch der Bedarf des Kunden kann sich tatsächlich verändern, weil man relativ oft, eigentlich in jedem Projekt habe ich das, dass so ein Aha-Moment entsteht, wo der Kunde sagt, wow, krass, ich habe gedacht, ich brauche, aber dieser Prozess führt mich zu der Erkenntnis, dass ich eigentlich was ganz anderes brauche. Und wenn ihr das feststellt von einem Dienstleister, der euch auf so eine Reise mitnimmt, der euch hinterfragt und etwas anbietet, womit ihr nicht gerechnet habt, dann habt ihr wirklich einen guten Partner. Nur das mal an dieser Stelle. Das heißt zurück zum Thema, Marke ist Inhalt und Ausdruck. Inhalt sind zum Beispiel, da gehört noch viel mehr dazu, aber das sind zum Beispiel die Werte, die ihr euch selbst gebt und die Werte, an denen ihr eure Arbeit messt. Ganz wesentlicher Punkt. Gebt nichts raus, was diesen Werten nicht entspricht. Wenn ihr mit der Kreativität zum Beispiel nicht zufrieden seid oder ihr nicht zuverlässig liefern könnt, versucht, dieses Problem sofort zu lösen. Das sind die schwierigsten Engpässe, die ihr sofort angehen müsst, die keinen Aufschub dulden. Ruf den Kunden an, sag, ich kann nicht liefern. Aus den und den Gründen haben wir eine Möglichkeit, dass Teillieferung oder späterer Termin versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Aber macht es rechtzeitig, auf keinen Fall zu spät. Wenn ihr mit der Kreativität nicht zufrieden seid, gebt es nicht ab. Überlass dem Kunden keine Entscheidung. Zum Beispiel passiert leider immer wieder, gerade in kreativen Berufen, ich bringe fünf Layout-Varianten mit, lieber Kunde, such dir eine aus. Dafür bezahlt der Kunde nicht. Der möchte einen Profi haben, der sagt, pass mal auf, ich habe das mir angeschaut, ich habe eine ganz klare Handlungsempfehlung, hier ist dein Layout. Ich habe noch eine Alternative dabei, aber die möchte ich dir nicht zeigen, weil ich bin sicher, dass das unser Problem, unsere Herausforderung lösen wird. Und natürlich Ausdruckform, schaut mal bei markenkonstrukt.de rein. Ihr werdet da eine ganz zentrale Farbe auf der Website finden und das wird die Farbe schwarz sein. Und das, was dort farbig ist, auf das möchte ich quasi hinweisen, beziehungsweise das möchte ich besonders herausstellen. Dort soll der Fokus gelenkt sein. Das heißt, das, was ihr dort seht, ich habe es vorhin als schwarzen Faden tituliert, ist aber eigentlich der rote Faden, zieht sich durch alle Kommunikationsmaßnahmen und schafft ein ganz besonderes Erlebnis. Und ihr seid im Grunde die Zündkerz, ihr seid der Funke, ihr seid das Erlebnis selbst. Bei euch beginnt die Story, die euer Kunde erlebt. Deswegen ist es so extrem wichtig, dass du an dir als Marke unbedingt arbeitest und dich auch dort weiterentwickelst. Nicht nur an das Unternehmen zu denken, sondern an dich persönlich. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr mir ein kurzes Feedback gebt per E-Mail oder per Kommentare oder in eurer 5-Sterne-Itunes-Bewertung, was mich riesig freuen würde. Pusht diesen Podcast, damit noch mehr von diesen Inhalten profitieren können. Und schreibt mir mal, ob ihr das Experiment gemacht habt, was ihr für Erfahrungen gesammelt habt. Würde mich total freuen, das auch mal von anderen so mitzukriegen. Und ja, ich überrasche euch mit den nächsten Soloshows zu diesem Thema, wie du als Marke besonders gut und erfolgreich im Markt auftreten kannst. Bis dahin, bis bald und ciao.